...für die er Unterstützung von den Sozialämtern bezog. Der Fall wurde nicht besonders bemerkenswert, wenn er mit diesem Sozialbeflug nicht in ganz neue Dimensionen vorgestoßen war. Moreno machte sich mit dem Verdankte der freundlichen französischen Regierung seine persönliche Pensionskarte... Oh, sehr schön. ...aufzugkühle, das Erste... Wenn du mal deinen Essmasken... ...für die NRP, wo sie da reinstecken, gell? Manche haben einfach so nicht die Idee... ...der machst du einfach...